1. 2. 6. 4. 5. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 10. 8. 9. Ja, liebe Unterbreite, man läuft aber mal raus, ich fliege, hier will ich Eiweisserzen sehen. Morgen, übermorgen oder dann, wenn es geht. Musik So, fertig gepflückt und der Regen kommt. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber Wettervorhersage ist ja für heute Abend Regen und eine spezielle Wetterlage. Der Regen kommt vom Osten, was sehr selten ist, vielleicht auch Schnee und morgen soll es Minus-Temperaturen haben hier. Wollen wir mal sehen. Ja, dieses Stück ist gepflückt, bereit um Eiweisserbsen oder Futtererbsen zu säen. Jetzt muss der Pflut noch grob gereinigt werden, bevor ich den zurückbringe. Den haben wir ja in einer Kleingemeinschaft und der muss immer sauber zurück.